Wir befinden uns auf der MS Barbuda mit Bianca Westerling und Eric Nutterdamm. Wir werden normalerweise jeden Tag irgendwo anders machen. Es ist jetzt kurz nach fünf, die Sonne geht auf und wir fahren Richtung Eisernes Tor. Im Moment ist das Wasser hier sehr niedrig, außerdem werden in Rumänien die Schifffahrtswege nicht ausgebaggert. Das ist ein ziemliches Problem hier. Bis heute Woche schon, als ich gehört habe, schon drei Schiffe festgefahren. Jetzt sitzen die Schubverbände noch immer da. Wir sind sehr langsam vorbeigefahren und das hat alles gut geklappt. Wir sind seit 100m aus Krasnoyen. Wir gehen nach rechts und gehen nach 50m von Diamandora-Verde. Die erste Flage am linken Seite ist die Multinaut Flage. Das ist jetzt die Auftragsgeber von dieser Reise. Die zweite Flage, die hört Bianca zu. Das ist Frauen in der Binnenschifffahrt. Die dritte Flage ist eigentlich unsere Flage von Barbuda. Und die vierte Flage ist ein Fußballflug aus Belgien. Und an der Spitze die zwei? Am linken Seite ist Alkohol wie unser Lackermaterial und Schleifmaterial und so. Und die andere Seite, das ist Versicherung. Von deiner Schwiegermutter. Ja, stimmt. Ich zieh fest... Ich hab mir gesagt, kein Wasser. Hopp, wie geht das? Der fährt da mit dem Wohnmobil runter. Gute Spätschlein! Gute Spätschlein!